Ja, hallo und da sind wir zurück bei South Park, mitten in Mr. Sklaves Arsch. Wir sind mittendrin und ich glaube, das ist die Bombe. Und wer bist du? Aha. Ich werde doch einfach ausgeschissen. Jetzt sag mal nicht, ich laufe durch ganz Mr. Sklave durch. A great adventure is waiting for you ahead. Wer singt denn hier? Okay. Alter, ist das ekelhaft. Newkid! Das ist echt eklig. Ist das ein Kondom? Alter, er schiebt sich ja alles in den Arsch. Alter, aber ich habe das Gefühl, das hier ist heute die letzte Aufnahme-Session. Leider. So, der erste ist weg. Leider, leider. Ich habe ziemlich das Gefühl, wir sind so ziemlich am Ende. Aber ich kann mich auch täuschen. Aber ich habe auf jeden Fall mal nachgegoogelt. Die nächste, das nächste South Park Games soll im Frühjahr 2016 erscheinen. Und heißt es Rector of Hole. Das muss ich auf jeden Fall haben. Ich habe mir mal vorhin, bevor ich jetzt angefangen habe, South Park aufzunehmen. Ich habe mir jetzt mal gerade einen Trailer reingezogen. Also es sieht schon sehr geil aus. Also so ein Gameplay-Trailer. Also gefällt mir. Kriege ich direkt ein Like. Aber sowas von. Ah, herrlich. So. Jemand mit Wasser? Okay. Wer hat denn Wasser? Probieren wir mal Kenny? Auch nicht. Äh. Du? Auch nicht. Ähm. Ah. Der Piss der Erste war voll geil. Ah. Also das mache ich auch gerne mal. Ich glaube, das mache ich, äh, nachher zu Hause mache ich das, äh, wenn die Aufnahme bis jetzt schon vorbei ist, mache ich irgendwas und dann pisse ich erst mal da drauf. Nazi-Schleim? Willst du mich verarschen? Wie sagt der Scheiße? Oh, ist das eklig hier. Was hast du denn dabei? Glänzende Stiefel. Also wir sind auf jeden Fall jetzt... Aber echt. Dieser, dieser Müffelgeruch, der ist... Alter. Mr. Zylinder. 87 Freunde mittlerweile. Ähm. Ja, komm. Ach, Wichtelstaub geht nicht. Oh, Alter. Ja, das muss auf jeden Fall mit diesem Nagasaki gemacht werden. Alter, jetzt geht kaputt. Geht doch. Ja, die ganzen Nazi-Viecher haben keine Chance heute. Hallo. Ist das ein... Ist das scheiße? Er ruft da an. Big Gate. Ach, du... Nazi-Zombie-Bakterien. Schönen Tag. Schönen Tag. Ach, du Leber. Ja, ach, du Leber. Ach, dagegen sind sie immun. Dann kann ich das ja lassen. Komm, putz die mal wieder weg. Komm, es sind nur solche Schleimbakterien. Scheiße! Okay. Ich lebe noch. Whatever, dude. Okay. Machen wir erst mal die da hinten. Autsch! Mein Gott! Ja, du bist tot. So, dann furzen wir euch jetzt einfach weg. Hehehehe. Oha. Aus, aus, schnell! Aus, schnell! Schnell! Euer Führer ruft! Habe ich das jetzt laut gesagt? Eine... Vibro-Klinge? Echt? Es gibt noch eine neue Waffe? Okay. Die müssen wir uns angucken. Macht plus 500 angewidert. Und haut viermal drauf. Aber es ist immer noch... äh... Besser als Super Katana. Ja, aber es geht jetzt... Geht jetzt da lang? Ach, da hier ist so eine Tasche. Äh. Buh, das ist ekelhaft. Äh. Komm. Nochmal. Ruf an. Hallo. Und das iPhone hätte ich auch gern. Was ist denn das? iPhone 5? iPhone 6? Oder iPhone... Doch, vier. Ich weiß es nicht. Warte. Ja. Gucken wir. Oh. Haut erst mal ab. Einfach nur episch. So. Wie komme ich jetzt da drauf? Ich will das... Was haben wir hier? Eine Kondomkappe. Okay. Das hier sind wahrscheinlich Arschkugeln. Oh Gott. So, was macht denn die Kondomkappe? Du erhältst ein Schild, der fünfte... Oh ja. Das brauche ich. So. Da haben wir jetzt auch noch ein Schild. Sind da jetzt erstmal nicht mehr verwundbar. Dann können wir ja eigentlich nochmal eben... Okay. Okay, das geht nicht. Oh schade. Ich dachte, man könnte da irgendwo noch was... Hi. Mhm. Sehr toll. Die Musik. Ah, gegen Blutenimmun. Okay. Dagegen auch Immun. Okay, Furze war halt erstmal... Ich bin angewidert. Schön, diese Schilder am Anfang zu haben. So, dann stampfen wir erstmal. Einer davon ist schon mal down. Von diesen Schleimis. So, die ist angewidert. Das darf nicht sein. Komm hier. Boah. Immer voll der fette Soda. So. So, er will reflektieren. Das heißt, er kontert nicht. Das heißt, ich muss damit angreifen. Okay. Okay. Okay, stark bist du jetzt wirklich nicht. Okay. Dann wollen wir mal. Das war gut. Aua. Wieder mein Dorn auf... Auf... Karpel zu gehen. Ja, jetzt ist der Zorn noch größer. Das ist schön für deinen Zorn. So. Komm, mach ihn alle. Ah. Zombie Wiedergeburt? Wie? Warum lebt das Vieh noch? Okay, da machen wir das anders. So. Nein, nix, jawohl. So, reicht jetzt. So. Er ist echt geblutenimmun. Das ist echt nicht schön. Schönen Tag. Ja, schönen Tag. Ah. Hatte ich vorhin falsch gemacht. Scheiße. Ja, scheiße, dass jetzt wieder schuldig, äh, Karpel tot ist. So, der Vieh ist endlich mal weg. Ach, das geht doch so. Oder auch nicht. Oh, ein Scheißrecht. Ach, es stirbt trotzdem. Okay, wunderbar. Ja, verpiss dich. Ja, ihr seht, dass da oben keine Leistung mehr auf kurzem Level aufsteigen und hier ist... Oh. Okay, wir müssen wieder lagern. Das ging schnell. Da ist doch eine Alien-Sonde versteckt. Der kommt gleich, ich schwöre es euch. Ich glaube, der hat öfter Sex wie, wie manche andere. Ernsthaft? Ja, ich fick sie. Hi. Ziel erfasst. Ihr seid jetzt tot. So, erstmal schon mal bluten. Und... Und... Zack. Und... Zack. Hiya! Oh, geil. Ich bin im Arsch. Karpman auch. Okay. Oh, fuck. Okay, ich muss fluchen. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Beleidig ihn. Genau. Alter, auch nur ein. Ich kann das Licht sehen. Ich kann das Licht sehen. Es ist schön. Doch, der erste ist down. Aber ich weiß nicht, was hier noch passiert. Ich muss ihn wiederbeleben. Ich probiere es mal so, mit stürmendem Bulle. Dass nichts bringt, da weiß ich auch nicht. Geht doch. Alter, ich hab schon gedacht, was ist das denn? Geld, ein USB-Stick. Egal, weiter geht's. Weiter geht's im Arschloch. Äh, vom Mr. Sklave. Ne, Arsch. Sorry. Was ist das? Boah, ich tauch da durch, Alter. Ich bin Katata-Fisch. Der Trigger des Thermonuclear Devices liegt vor dir. Ich habe versucht, diese Riedel zu lösen, aber ich bin nicht able, um ihn zu verbrechen. Okay. Es gibt nur Moments zu sparen. Findet ein Weg, um den Trigger zu disengagen, oder alles wird verloren. Entschärfe die Bombe. Bombe. Okay. Du gehst nicht. Ah, ein Baden. Okay. Das war jetzt aber sehr hilfreich. So. Okay. Oh, nicht schon wieder. Eine Abtreibung. Ne, komm, jetzt ernsthaft gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Äh. Äh. Alter. Alter. Ich habe mein Wasser. Hä? Hä? Ich habe im Uhrzeigersinn gedreht. Aber jetzt sehen wir mal die Explosion. Okay, geil Ja, die Screens wollen wir natürlich noch nicht sehen, die Credits Aber das zeigt, dass Aber das zeigt, dass wir Ziemlich am Ende des LPs angekommen sind Okay Oh, wo ist der Bart? Da ist der Bart Oh, die Klappe Ja, ne? So, also Das kriegen wir noch mal hin Ja, ne? Okay Das geht doch Mal eben so schnell eine Abtreibung abgemacht Jetzt will ich mal ganz schnell aus dem Arsch laufen da raus Das ist echt ekelhaft Boah, dann krieg ich es halt selber plack Oh Gott Achso Ich dachte, ich komme von unten Ja, ich bin der King Ich bin der King, wa? Salpark ist gebraucht Genau Du hast gerade eine neue Gegenstelle bekommen Ja Kanal Kanal Okay, wir machen Krone der Analfreunden Noch was Noch was? Nee Gucken wir uns das mal an Fühlt er uns schwächt Feindliche Angriffe Ich will mein Kondom wieder haben Kondom Da So Neue Freunde haben wir ja auch Drei neue Sind wir bei 90 Das ist ne Menge Hast du gesoffen? Ich geh da freiwillig nicht nochmal rein Ja Kommt ihr nicht mit? Ich weiß Oh ja So Dann wollen wir mal, wa?